Hanfdämmung, alle Vorteile auf einen Blick. Du interessierst dich für Hanfdämmung, dann bist du in diesem Video genau richtig. Wenn wir von Hanfdämmung reden, reden wir immer von reiner Hanffaserdämmung. Ja, nichts von den Matten, nichts mit 10-20% PET, sondern reine Hanffaserdämmung, 100% Hanf, ohne Zusätze. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus und wenn ihr euch für alternative Baukonzepte interessiert, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Jetzt geht es sofort los mit Vorteil Nummer 1, Hanffasern sind extrem feuchtigkeitsregulierend. Was meine ich damit? Die Hanffaser nimmt Feuchtigkeit kapillar auf und gibt sie kapillar wieder ab. Dadurch haben wir viele Vorteile. Nehmen wir an, wir haben eine Innenwand, die mit Hanffaser, Stopfwolle, Stopfhanf gedämmt ist. Das bedeutet, ein gewisser Anteil an Baufeuchte geht ja immer durchs Bauteil hindurch. Circa 1-3%, der Rest geht durchs Fenster raus. Aber 1-3% geht durchs Bauteil durch. Das bedeutet, da kommt jetzt Wasserdampf und drückt durch das ganze Bauteil durch. Und der Hanff nimmt dann eben diese Feuchtigkeit kapillar auf und befördert sie kapillar weiter nach außen. Bei Hanffaserdämmung bauen wir immer so diffusionsoffen wie möglich. Aber jetzt haben wir den großen Vorteil, dass die Hanffaser, weil es kapillar die Feuchtigkeit aufgenommen hat, auch die Feuchtigkeit wieder von außen, also vom Bauinneren ins Innere, ins Rauminnere zurückgibt. Also Hanffasern lässt die Rückkondensation zu. Daher ist Hanffaser extrem feuchtigkeitsregulierend. Das sieht man auch daran. Mit Hanffasern tut man zum Beispiel Fittinge abdichten. Und das Rohr bleibt dann 20 Jahre zu oder 30 im Optimalfall. Und dann kommt der nächste Sanitär und macht das Fitting wieder auf und die Hanffaser holt er raus und die ist immer noch gut. Theoretisch könnt ihr genau diese Hanffaser trocknen und im nächsten Rohr wieder verwenden. Das führt uns nämlich zu Vorteil Nummer 2. Die Hanffaser ist extrem robust und langlebig. Das heißt, sie kann feucht und nass werden. Das ist der Hanffaser egal. Sie gibt einfach nicht auf und lebt weiter. Theoretisch kann man Hanffballen vier Wochen im Regen liegen lassen. Und danach kann man es trocknen und dann kann man es immer wieder einbauen. Überall wo man will. Das macht eben die Hanffaser zum optimalen Dämmstoff, weil er eben ewig lang haltbar ist. Vorteil Nummer 3. Hanffasern sind nachhaltig. Was meine ich damit? Hanffaser, also die Pflanze Hanf, diese gehört zu den schnell wachsendsten Gewächsen auf dieser Welt. Die wachsen extrem schnell. Das heißt, man kann sie schnell nachproduzieren. Gleichzeitig braucht die Hanfpflanze wenig Pflege, wenig Wasser. Wächst fast überall. In manchen Ländern zählt die Hanfpflanze sogar als Unkraut. Aber aus der Hanfpflanze kann man so viele tolle Sachen machen. Unter anderem die Hanffaserdämmung. Aber man kann auch Klamotten, Papier etc. draus machen. Und wir hoffen stark, dass das die nächsten Jahre noch weiter wächst. Man kann den Hanf ganz einfach in Deutschland anbauen. Man muss dazu nicht nach China oder nach Indien zum Exportieren. Nein, unser Hanf kommt von der Hanffaserfabrik Uckermark. Überhalb von Berlin ist das. Und wird da angebaut und produziert. Vorteil Nummer 4. Hanf ist recycelbar. Das bedeutet, da fallen keine nachträglichen Kosten an, wenn eure Enkel irgendwann auf die Idee kommen, euer liebevoll gebautes Haus umzubauen oder vielleicht sogar abzureißen. Wer weiß das schon. Und dann nehmen sie die Hanffaserstopfwolle aus dem Dach raus oder aus der Fassade raus. Dann kann man die theoretisch verkraben. Im besten Fall wird natürlich die Hanffaserstopfwolle wiederverwendet und ins nächste Gebäude gesteckt und da weiterverwendet werden. Deswegen ist Hanffaserdämmung, wenn man wirklich alle Kosten mit einberechnet, auch gar nicht teurer, wie jetzt vielleicht eine Mineralwolle etc. Weil bei der Hanffaserstopfwolle, da fallen keine verdeckten Kosten an. Also ihr bezahlt einmal die Hanffaserstopfwolle, aber dann könnt ihr sie ja wieder benutzen, wiederverwenden und ihr müsst nicht irgendwann noch irgendwelche Entsorgungsgebühren zahlen, wie es bei anderen Dämmstoffen der Fall ist. Wenn du aber wissen möchtest, was Hanffaserdämmung jetzt gerade aktuell 2022 kostet, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir gerne hier oben. Vorteil Nummer 5. Hanf hat eine positive CO2-Bilanz. Was bringt das? Hanf trägt dazu bei, dass hoffentlich der Klimawandel nicht zu stark zunimmt, weil es eben eine positive Klimabilanz hat. Also CO2 einspeichert, der die Hanfpflanze wächst, speichert CO2 ein. Ihr baut euch den Stoppfwolle ins Haus ein, also speichert ihr CO2 ein. Ihr tragt dazu bei, dass das Klima so gesehen geschützt wird. Aber sind wir ehrlich, solange anderswo Bomben fallen, bringt euch jegliche CO2-Bilanz gar nichts, weil eine einzige Bombe macht die ganze CO2-Bilanz zunichte. Also hoffen wir, dass das bald aufhört. Vorteil Nummer 6. Gute Dämmwerte. Die Hanffaser-Stoppfwolle hat extrem gute Dämmwerte. Wir haben einen ganz normalen U-Wert von 0,045. Der ist, sagen wir mal, durchschnittlich, behaupte ich. Jetzt aber der Wärmeverlustwert, also der dynamische Dämmwert, liegt bei 0,018. Und das bedeutet einfach, die Hanffaser, die kann extrem gut Wärme speichern unter Realbedingungen. Das bedeutet, wenn jetzt Wind das Haus angreift, von außen zum Beispiel, Wind und Wetter, dann kann die Hanffaser sehr gut mit diesem Angriff umgehen und speichert diese Wärme viel länger als andere Baustoffe in dem Bauteil drin und trägt dazu bei, dass wir einen sehr, sehr geringen Wärmeverlust haben. Also alle Vorteile nochmal zusammengefasst. Hanf ist extrem feuchtigkeitsregulierend. Die Hanffaser ist unverwüstlich. Hanffaser-Dämmung ist nachhaltig. Hanf ist recycelbar. Hanf-Dämmung hat eine positive CO2-Bilanz und hat super gute Dämmwerte. Das waren alle Vorteile auf einen Blick. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier gerne diesen Kanal, wenn du mehr über alternative Baukonzepte herausfinden möchtest. Wenn du eine Frage hast, wir beantworten jede Frage, schreib es in die Kommentare. Weitere Videos wie immer hier und hier. Unabhängig davon, wir wünschen euch alles Gute. Euer Lukas von Naturwärtschhaus. Ciao, ciao.